Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher auf unserem Kanal vom Wettsteinservice. Hier ist wieder euer Kai und ich kann euch direkt mal sagen, ich bin heute nicht alleine im Video, denn ich habe MBHero zu Gast und MBHero ist, man kann es so sagen, eine Kobifea auf dem Match-Betting-Vektor. Und was das genau ist, dazu wird er gleich ein bisschen was erzählen. Und wir haben natürlich hier auch wieder eine Überschrift für euch, so machst du mit jeder Wette Gewinn. Klingt erstmal bekloppt, ist aber tatsächlich die Wahrheit und was genau dahinter steckt, dazu mehr nach dem Intro. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich heute nicht alleine hier bin, sondern MBHero ist dabei und das Ganze ist heute mal als Spezialausgabe von uns zu werden. Wir werden heute mal nicht Spieltage in der Fußball-Bundesliga oder sonst wo analysieren, sondern wir beschäftigen uns heute mit einem wirklich interessanten Thema, dem Thema Match-Betting. Und wie gesagt, wir haben MBHero zu Gast. Erstmal herzlich willkommen bei uns. Hallo MBHero. Hallo Kai, danke für die Einladung. Hallo an alle Zuseherinnen und Zuseher. Ich bin MBHero und freue mich heute, euch ein bisschen das näher bringen zu können, was ich jetzt seit tatsächlich fast vier Jahren, also seit der WM 2018 aktiv mache und seitdem auch durchgehend nebenher ein kleines Einkommen für mich generiere. Ja, MBHero, du bist ja kein Novize auf dem Bereich. Vielleicht kannst du noch mal ein oder zwei Sätze zu dir erzählen und generell zu deiner Sportwettenhistorie ein bisschen was sagen. Ja klar, gerne. Also zum einen, ja, ich bin kein Novize mehr. Also ich mache das jetzt schon seit der WM 2018 und muss aber tatsächlich auch gestehen, ich bin eigentlich gar kein Fußballfan, sondern ich habe damals eine Möglichkeit gesucht, nebenher, so wie viele andere wahrscheinlich auch, ein bisschen Geld zu verdienen, was mich aber jetzt wenig Zeit und wenig Arbeit kostet und bin dann durch Zufall über Doppelwetten gestolpert und habe mir die Techniken einfach angelernt und ja, mache das jetzt tatsächlich seit aktiv vier Jahren. Ah, okay, ja, die ersten 50 haben wahrscheinlich jetzt schon ausgeschaltet, als du gesagt hast, ich bin kein Fußballfan. Das Interessante ist ja, ja, wir gehen ja auf unserem Kanal eher analytisch an Fußballspiele ran und du bist ja eher der Analytiker der Zahlen im Hintergrund und das ist ja für uns alle ein ganzes Bereich und den Bereich möchtest du uns heute mal vorstellen und immer wieder auf die Überschlecht, ja, so machst du mit jeder Wette Gewinn und die Theorie, die dahinter steht, die möchtest du uns jetzt mal genauer vorstellen. Genau, die möchte ich nur kurz anreißen, da wir das meiste tatsächlich auf unserer Seite vorstellen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast 20 Euro Kapital und du bist jetzt jemand, der sich schon mit den Wetten auskennt, also du weißt, wie man sich dort anmeldet und wie man auch eine Wette durchführt, könntest du deine 20 Euro einfach mal aufteilen, indem du dann zum Beispiel 10 Euro bei deinem Wettanbieter nimmst. Ich werde jetzt bewusst keine nennen, sondern so die, die geläufig sind und du nimmst deine weiteren 10 Euro von deinen 20, die du hattest und zahlst die bei einer sogenannten Wettbörse ein. Wie das Ganze funktioniert und wie du dich dort anmeldest, das haben wir natürlich auch nochmal erklärt auf unserer Seite, deswegen gehe ich da jetzt gerade nicht näher drauf ein. So, und normalerweise hast du das ja so, dass wenn du bei einem Buchmacher einzahlst, bekommst du noch einen Bonus dazu. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du einen 100% Bonus hast, das heißt, du bekommst von deinen eingezahlten 10 Euro oder auf deine eingezahlten 10 Euro bekommst du weitere 10 Euro. Das heißt, du machst aus deinem Kapital von anfänglichen 20 Euro 30 Euro. Du hast jetzt 20 Euro beim Buchmacher liegen und 10 Euro bei der Wettbörse. Ja. So, und jetzt kommt natürlich Matchbetting ins Spiel. Das heißt, du setzt auf alle Ausgänge, die das Spiel haben kann. Das ist klassischerweise Heimsieg, Unentschieden oder Sieg der Auswärtsmannschaft. Ja. Und das Gute dabei ist, du riskierst ja nicht dein eigenes Geld, sondern auch dieses Bonusgeld dabei. Und deswegen ist es unerheblich, welche Mannschaft dieses Ereignis gewinnt. Also, oder auch, ob ein Unentschieden entsteht. Weil du hast ja auf alle Ausgänge dieses Spiels abgesichert und gehst definitiv mit einem Gewinn aus der Sache heraus. So, nachdem du deine Wetten abgegeben hast, ist ja klar, dass nur eine der Wetten gewinnen kann. Also, entweder gewinnt die Heimmannschaft oder eben nicht. Sollte die Heimmannschaft gewinnen, also du deine Wette beim Buchmacher, dann hast du aber schon einen Umsatz gebracht auf diese Umsatzbedingungen. Oder, Bestfall, die Wettbörse gewinnt die Wette und du hast dein gesamtes Kapital rüber auf die Wettbörse geschafft, wo du dann halt schon auszahlen lassen kannst. Plus Gewinn natürlich dann, ja. Genau, Plus Gewinn. So, nun, da sehe ich halt auch den Vorteil beim Matchbetting, weil du hast entweder schon mal Umsatzbedingungen deines Bonuses risikofrei gebracht oder halt du gewinnst direkt an der Wettbörse und hast damit dein Kapital einfach schon erhöht um den Betrag deines Bonus. Also, wenn wir jetzt auf das Beispiel nochmal eingehen, du siehst, du hast aus 20 Euro 30 Euro gemacht und das in einem Zeitansatz von zwei bis fünf Minuten. Ja, also das ist wirklich sehr interessant, auch für diejenigen, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Vor allen Dingen, was gibt es Geileres, sage ich mal, als Samstag nicht mehr zittern zu müssen, sondern sich bei den Fußballspielen entspannt zurückzulehnen, weil man nur gewinnen kann. Und dass das Ganze wirklich funktioniert und hier kein Hokus-Pokus ist, das beweist ja auch einfach deine Seite. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns die Seite jetzt einfach mal an. Ja, sehr gerne. Und nun sind wir auf der Doppelbetten-Seite von MBHero. Und MBHero, du kannst uns jetzt gerne mal ein bisschen was zu deiner Seite erzählen und uns die Seite einmal vorstellen. Okay, ja, gerne. Also, du landest natürlich bei uns auf der Landingpage. Dort wird dir angezeigt, was Matchbetting überhaupt ist. Also, wir haben auch noch mal ein kleines Erklärvideo dazu gemacht und haben auch mal aufgegliedert, was denn unsere Mitglieder tatsächlich so im Monat verdienen. Das heißt, wir haben hier wirklich mal eine echte Statistik ausgeführt, wollen das gerne auch mit den Leuten teilen, was einfach möglich ist im Monat, mit Matchbetting zu verdienen. Und auch tatsächlich sind wir nicht die Einzigen, die auf Matchbetting gestoßen sind, sondern man sieht es hier, dass größere Zeitungen auch mit darauf gestoßen sind. Und wir haben natürlich auch ein paar Mitgliedsmeinungen dazu bekommen und würden da halt gerne die besten Empfehlungen auch vorstellen. Das ist aber auch so der O-Ton von dem, was die Leute bei uns im Forum so veröffentlichen. Ja, und du kannst natürlich sehen, was in unserer Premium-Mitglied hier alles mit enthalten ist. Also, du kriegst Zugang zu allen Tools, du bekommst Zugang zum Forum und wirst natürlich von uns auch nach allen Möglichkeiten unterstützt, in dem, was du tust. Also, sprich, dein Matchbetting. Und hast natürlich dann auch Zugriff auf unser Herzstück. Das ist der sogenannte Odds-Matcher. Der zeigt dir dann einfach klar an, mit welchen Matches du gut wetten kannst, beziehungsweise der sucht dir die für dich passenden Partien raus, damit du den maximalen Gewinn mitnehmen kannst. Und dazu haben wir natürlich noch andere Tools mitentwickeln lassen, die dann einfach dir bei verschiedenen Angebotsstrukturen helfen, diese richtig zu berechnen. Das heißt also, wenn du ein Cashback-Angebot hast, ist das was anderes als ein Einzahlungsbonus. Und dadurch, dass wir wissen, dass es da verschiedene Strukturen gibt, haben wir gesagt, wir brauchen für jede Situation einen eigenen Rechner. Und auch, wie man das Ganze bedient, haben wir natürlich erklärt. Wir haben verschiedene Leitfäden dazu geschrieben. Auch Leitfäden dazu, wie du welche Angebote angehen kannst oder auch welche Buchmacher geeignet sind oder welche zum Beispiel nicht geeignet sind. Also woran man das auch festmachen kann. Ja, und das Ganze besprechen wir dann halt im Forum zusammen. So, und im Forum kannst du natürlich dann deine spezielle Frage stellen und wir schauen, dass wir die so zeitnah wie möglich beantworten. Das heißt also, im Schnitt hast du innerhalb von einer Stunde sogar schon deine Antwort. So, und für wen ist das Ganze geeignet? Im Prinzip für jeden, der das mal gerade nebenberuflich machen möchte oder machen kann oder einfach ein lukratives Hobby für nebenher haben möchte. Also, MB Hero, das klingt wirklich extrem interessant. Vor allen Dingen die Verwingsmöglichkeiten anhand der Tabelle waren wirklich krass, wenn ich das so sagen darf. Ich sage mal, zwischen 400 und 600 Euro Monatseinkommen, zusätzliches Monatseinkommen, ist so möglich? Ist das der Normalfall deiner Kundschaft? Kannst du dazu noch was sagen? Ja, also das ist korrekt. Wir unterscheiden eigentlich zwischen zwei Phasen. Also es gibt die sogenannte Neukundenphase. Dort bekommst du nun mal die lukrativsten Angebote. Das sind so diese klassischen bekomme 100 Euro für eine 100 Euro Einzahlungsangebote. Allerdings, wenn du ein sehr aktiver Wetter bist, bekommst du ja auch diese sogenannten Reload-Angebote der Buchmacher und auch die kannst du natürlich dementsprechend bespielen. Und deswegen sagen wir, durchschnittlich kommst du auf 500 Euro im Monat. Also super. Vor allen Dingen eignet es sich ja dann auch für Langzeitkunden, die schon lange Zeit bei einem Buchmacher angemeldet sind. Genau, richtig. Also wenn du dort regelmäßig zum Beispiel Angebote bekommst, weil du sehr aktiv bist, zeigen wir dir jetzt eine neue Möglichkeit, daraus Profit zu schlagen. Super interessant. Das Ganze klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen erstmal sehr komplex, aber es gibt ja Tools, die es auch auf eurer Seite gibt, die auch, sage ich mal, dem unerfahrenen Sportwetter oder Match-Betting-Wetter helfen sollen. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Genau, richtig. Also uns ist es natürlich wichtig, dass auch blutige Anfänger an die Hand genommen werden und dort durchgeführt werden. Das heißt, du fängst halt an, liest dir erstmal die Leitfäden bei uns durch und das Ganze führt dich auch ran an unsere Tools. Als Herzstück unserer Seite würde ich tatsächlich den sogenannten Odds-Matcher bezeichnen. Der Odds-Matcher zeigt dir nämlich ganz genau an, auf welche Partien du diese Techniken, die wir dir zeigen, jetzt gerade ganz aktuell anwenden kannst. Also wir haben heute den 6.9. Du siehst, links dargestellt sind ein paar Spiele, die morgen oder auch heute oder in naher Zukunft stattfinden. Das heißt, wir sind auch tatsächlich immer an aktuellen Ereignissen dran. Das heißt, du bist relativ schnell und effizient in dem, was du kursst. Um das Ganze halt auch ordentlich nachzuhalten, haben wir einen Profit-Tracker mit eingeführt. Der ist natürlich jetzt gerade leer, weil ich euch nicht meine Sachen zeigen kann. Aber da kannst du wirklich von deiner ersten Wette an deinen Weg nachverfolgen und auch einfach mal veranschaulicht bekommen, wie viel Gewinn du eigentlich gemacht hast. Ja, super interessant. Vor allen Dingen, was ich da gesehen habe, das sind jetzt keine Exoten-Partien, auf die man da setzt, sondern das ist wirklich für jeden eigentlich nachzuspielen. Ja, das ist internationaler Fußball und das ist quasi bei jedem Buchmacher auch möglich. Genau, richtig. Also dementsprechend machst du das bei Partien, bei Mannschaften, die man dann in der Regel auch kennt. So, und als letztes würde ich dir gerne noch den Forumsteil zeigen. Dort sind wir alle sehr aktiv, weil du dort halt auf die konkreten Angebote eingehen kannst. Also man sieht es hoffentlich hier bei den Reload-Angeboten allein, also auf die ich eben zu sprechen bekommen bin, haben wir über 5000 Themen und auch über 11.000 Beiträge. Wir sind da sehr aktiv drin und das ist uns auch wichtig, dass wir wirklich in Kontakt mit unseren Usern oder unseren Members stehen, weil ansonsten wissen wir auch nicht, woran es gerade hakt und so verstehen wir uns auch tatsächlich. Wir wollen immer eine gute Hilfeleistung bringen. Das klingt wirklich gut, der Melero. Ich denke auch, gerade diese Nähe dann tatsächlich zu den Kunden zeichnet sich und zeichnet euch auch da aus, weil das findet man so im Sportwettensektor, glaube ich, kein zweites Mal. Das freut uns und natürlich soll uns das auch so ein bisschen herausstechen lassen, weil uns das tatsächlich wichtig ist, dass wir wissen, dass unsere Leute, die bei uns was lernen, das auch in der Praxis anwenden können. Ja, Melero, jetzt haben wir wirklich coole Einblicke aufgekommen, wie das Ganze funktioniert und es scheint ja wirklich extrem gut zu funktionieren und ja, wir hatten ja auch einen Call, bevor wir dieses Video gemacht haben, gedreht haben und da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich, Kai, der jetzt noch gar nicht so die großartigen Berührungspunkte mit Matchbetting hatte, dass ich jetzt einfach mal eine Reise unternehme, mich beim Doppelbetter, Doppelbettenforum auf eurer Seite auch anmelde und das Ganze einfach mal teste. Natürlich nicht nur ein paar Tage, sondern am besten ein paar Wochen und dass wir uns in ein, zwei Monaten hier wieder treffen und dann mal gucken, was ich mit dem Doppelbettenforum, mit dem Matchbetting, auch mit den Tools, die ihr habt, was ich damit erreicht habe. Ja, also sehr gerne, freut mich und gerne begleite ich dich persönlich auf dieser Reise und unterstütze dich in allem, was du wissen möchtest. Das ist super nett, denn ich glaube, die Thematik an sich, die Theorie dahinter ist genial, aber es könnte den einen oder anderen wegen der Komplexität, die es aber ja wahrscheinlich gar nicht gibt, ein bisschen abschrecken. Deswegen werde ich das auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher das Ganze mal testen über ein paar Wochen und dann werde ich euch allen zusammen Feedback geben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Reise und begeht mich in den Flieger und fliegt mal los. Ja, viel Spaß dabei. Dann kommen wir quasi zum Schluss. Also erstmal vielen Dank, Emil Juro, dass du hier warst. Wer jetzt Interesse hat, sich das Ganze mal genauer bei euch auch anzuschauen, der findet den Anmelde-Link unter dem Video auch zu eurer Seite dann verlinkt und ich würde mal sagen, sehr gelungenes Video, mal ganz anders als das, was wir sonst hier immer so machen und die letzten zwei, drei Sätze, die würde ich dir dann überlassen. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich tierisch darauf, dass wir das jetzt mal gemeinsam angehen von der Pike auf an und freue mich natürlich über jeden neuen Member, der dazukommt und uns vielleicht auch im Forum kontaktiert und uns einfach auch mal seine Erfahrungen zukommen lässt. Also ich bin super gespannt, hab da richtig Bock drauf und wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Monaten wieder hier an gleicher Stelle. Sehr gerne. Macht's gut, ciao und tschüss, euer Kai und euer and me hero. Ciao zusammen.